Hallo, ich bin Markus Hock, ich bin Brokerist bei der DB Services, verantwortlich für die vier Bundesländer hier im Norden. An 3000 Standorten arbeiten wir bundesweit, haben 9300 Mitarbeiter aktuell, Fachkräfte, sowohl für die Reinigung wie für die Technik im Einsatz. Wir sind auf dem Containertömmel hier in Bilwerda und unterstützen sämtliche Kunden, hier die Gütertransporte deutschlandweit, europaweit in die Wege zu leiten. Unser Kunde ist Teil einer hochkomplexen Lieferantenkette, die dafür verantwortlich ist, die Stadt Hamburg mit Gütern zu versorgen. Wir sind verantwortlich für die technische Instandhaltung aller Anlagen und bewegen uns dabei auch in unterschiedlichen Gewerken der Elektrotechnik, der Hydraulik und auch in Schlossertätigkeiten. Wir selbst sehen uns als Stellschraube und als Schmiermittel im täglichen Betrieb dieses Terminals. Ah, hallo! Ich zeige euch mal meinen Arbeitsplatz. Kommt mal mit! Das ist mein Arbeitsplatz mit der schönsten Aussicht. Und der ist hier in über 20 Meter Höhe. Ich arbeite hier als Mechatroniker. Dieser Beruf setze ich aus mehreren Berufen zusammen. Einmal dem Elektroniker und zum anderen dem Industriemechaniker. Und in dem Raum kontrolliere ich die ganze Anlage. Hier zum Beispiel können wir mittels einer Software den gesamten Kran überwachen. Ich als Mechatroniker bin für die Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen zuständig. Meine Aufgabe ist es hier täglich, die Krane wieder in Stand zu setzen und sie auch zu warten. Und wie dies funktioniert, das zeige ich euch bei der langen Nacht der Industrie. Die DB ist mehr als Eisenbahn. Und wir laden Sie herzlich dazu ein, sich davon selbst zu überzeugen. Wir sehen uns bei der langen Nacht der Industrie, vielleicht auch bald als Kollegen.